Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu diesem Info-Video. Und zwar wollte ich euch kurz mitteilen. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob ich nicht mal die Projekte, die ich hier so auf dem Kanal mache, irgendwo zum Download anbieten kann. Und ich hatte erst überlegt, eine eigene Webseite zu machen, extra für dieses Projekt, aber das habe ich dann doch wieder verworfen und habe jetzt einen Discord-Server angelegt. Weil da kann man auch Dateien austauschen und da habe ich jetzt auch schon die erste Projektdiskette gepostet. Würde mich freuen, wer euch da einklingt. Da können wir ein bisschen chatten, ein bisschen quatschen und generell ein bisschen austauschen. Und ja, ich hoffe, dass das ganz gut wird. Ja, den Link dazu findet ihr hier in der Videobeschreibung und in der Kanal-Infobeschreibung. Ja, warum Discord? Ich finde, Discord ist dafür ganz gut geeignet. Einmal braucht man sich nichts installieren. Das läuft also komplett im Browser, wenn man das will. Man kann sich aber auch was installieren und dann hat man halt die vollen Vorzüge, die so eine installierte Applikation halt bietet, wie dass man informiert wird, wenn irgendwie, wenn es was Neues gibt oder so. Naja, probiert es einfach mal aus. Den Link dazu, wie gesagt, in der Kanal-Beschreibung und hier in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da gleich mal sehen. Des Weiteren habe ich noch einen Instagram-Kanal aufgemacht, einfach mal so, um da so ein paar nerdige Fotos zu posten. Und ja, den Link findet ihr auch hier in der Kanal-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung unten. Und würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgt. Da poste ich dann ab und zu mal irgendwelches Zeug rund um den C64, aber auch anderes Retro-Zeug, was mir so vor die Kameralinse kommt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, falls ihr das hier am Wochenende guckt. Und ja, falls nicht, hoffe ich trotzdem, dass wir uns dann vielleicht nachher auf Discord irgendwie schreiben. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünsche ich euch.